Weiter bei Mr. Nutz, wenn er geht, komm schon. Wir machen aber nochmal von dem Save aus, so. Wow, wow, eins, zwei und weg. Jetzt kommen die mir mittlerweile schon bekannten, ja, bekannten Dinger. Ah, dann schniert er wieder ab. Jetzt kommen wieder die Scheiße. So, das haben wir ohne Leben. Fah, zum Verrecken. So, den Save nochmal später gemacht. Ja, seht ihr, hier ist jetzt direkt beim Sprung der Save. So, äh, wie war das hier? Genau, und... Ah, okay, so, okay, jetzt weiß ich, wie es vonstatten geht. Ah, hoffentlich schaffen wir ihn in diesem Part, sieht gut aus. Ja, sauber. Ach, Blödsinn. Nein! Du kranker Affe! Ey, wieso triffst du ihn jetzt wieder, du blöder, dummer, verdammter Eskimo! Ja! Spring daneben, spring daneben! Hau doch ab, Mr. Nutz! Spring daneben, spring daneben, hau doch ab, Mr. Nutz! Du bist doch nur so doof und tust doch gar nicht so! Dummes Eichörnchen! Oh, bist doch zu doof! Zum Spielen bin ich und zum Gewinnen ist Mr. Nutz zu doof. So, spring und hopf und hopf und spring und hopf. So, jetzt pustet er. So, jetzt kommt das. Ja, zweimal so, okay. So. Er springt. Die Attacke, wo wir zweimal ihn erwischen können. Oder auch ein drittes Mal. Ja, geil, erwischt er uns aber auch. Das ist dumme Eichörnchen. So, jetzt den. Hopf. Ach, du Blödnatz, ey. Meine Hände schwitzen. Das Spiel ist anstrengend. Wow. So, puste. So. Puste. Ja, komm. Jetzt mach deine Faxen. Ah, zu früh. Ah, okay. Geht nicht. Ah, egal. Ich muss erst mal die Hände so. Okay. Nochmal. Ja. Ich will ihn dreimal treffen. Geht nicht. Schade. Doch, muss gehen. Ich will ihn dreimal treffen. Ja. Ach, daneben. Ich will ihn jetzt dreimal treffen. Ja. Ach, egal. Auf das eine Mal kommt es nicht an. Puste. Puste. Puste, Blume. Einmal und hoppa. Und hoppa. Jetzt puste. Schmeiß die Blumen. Puste. Komm rüber. Was machst du jetzt? Ach, die scheiß Dinger. Ah, okay. Nein, du kranker. Schaffens doch nicht in dem Part. Können wir schon vergessen. Reicht die Zeit schon gar nicht mehr. Immerhin wissen wir aber, wie er geht. Sehe ich schon mal als mehr oder weniger sehr großen Vorteil an. So, komm, nochmal. So. Puste. Warum? Scheiß Eischemchen. Ey, der weckt sowas von Aggressionen in mir gerade. Das ist echt nicht mehr schön. Puste. Ach, wirf. Krank hier, das Spiel ist. Einfach nur krank. Krank. Ja, wieso? Ey, ich kann nichts mehr sagen gerade. Ich glaube, ihr merkt das. Ich muss mich so konzentrieren hier auf diesen Yeti. Mr. Blizzard, oder wie er heißt. Mr. Blizzard ist das nicht für mich. Du bist ein verdammter Idiot. Wir wollen ihn jetzt dreimal killen. Und wenn ich den dreimal haben will, dann kriege ich ihn nicht. Ich will ihn doch nur dreimal killen, ihr kranken Kinder. Ich hab keinen Bock mehr. Ich mach Selbstmord hier. Spring mal da hin. So, jetzt genug der Wutausbrüche. Wollen wir wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Du bist ein verdammtes Scheiß, Eichhörnchen. Wir machen mal im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal, euer TT-Gamer.